Willkommen bei Finance Experience. Im heutigen Video sprechen wir über bemerkenswerte Aussagen von Professor Hans-Werner Sinn aus einem Interview. Wir haben dabei wie immer das Wichtigste für euch kurz und knapp zusammengefasst. Professor Sinn erklärt unter anderem, warum der Staat aktuell der große Gewinner ist und welche Entwicklungen er für das nächste Jahr erwartet. Des Weiteren räumt er knallhart mit der Ausrede auf, der Ukraine-Krieg sei schuld an der Inflation. Wenn ihr erfahren wollt, welche Aussagen Professor Sinn traf und welche Befürchtungen er für unsere Zukunft hat, dann bleibt unbedingt dran. Bevor es losgeht noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wie einige schon mitbekommen haben, gibt's uns auch bei Telegram. Folgt uns also auch unbedingt bei Telegram, um immer auf dem Laufenden zu sein. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Wir danken euch wirklich herzlich für eure Unterstützung. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema. In der aktuellen Situation begründen Regierungen gerne die explodierende Inflation vor allem mit dem Krieg in der Ukraine und den daraus resultierenden steigenden Energiepreisen. In einem Interview stellt Professor Sinn klar, was bereits viele vermuteten, dass dies eben nicht der Grund ist. Die steigenden Preise nur mit der Energiekrise zu begründen ist schlichtweg falsch. Denn die Energiepreise sind nicht Hauptursache für die galoppierende Inflation. Zumindest hat selbst die EZB auf einer ihrer Pressekonferenzen bestätigt, dass etwa 38 Prozent der Gesamtinflation durch Energiepreissteigerungen zustande kommen und die restlichen 62 Prozent sich mit Effekten, die unter anderem mit der Corona-Krise zu tun haben, begründen lassen. Der ehemalige IFO-Präsident fasste es wie folgt zusammen. Zitat. Weltweit gab es eine Angebotsverknappung für Waren. Die deutschen Firmen kriegen die Vorprodukte aus China nicht mehr, sie müssen also letztlich die Preise erhöhen, weil sie die Nachfrage nicht befriedigen können, die in Deutschland besteht. Und zum anderen spielte hier eine Rolle, dass sehr viel Nachfrage entstanden ist durch die staatlichen Hilfsleistungen. Man hat ja wenn dann in der Pandemie im Lockdown nicht mehr produziert wurde den Menschen gleichwohl Einkommen gegeben. Das war aber Einkommen, das direkt irgendwie aus der Druckerpresse kam. Zitat Ende. In Folge haben sich die Staaten extrem verschuldet. Zugleich betont Professor Sinn aber, dass sich die Staaten nach wie vor massiv verschulden können und durch die steigende Inflation letztendlich die Gewinner dieser sind. Immerhin führen die steigenden Preise beispielsweise zu mehr und mehr Forderungen nach höheren Löhnen und damit erhält der Staat auch mehr Einnahmen in Form von Steuern. Gleichzeitig sinkt die staatliche Schuldenquote und die realen Zinsen sind für den Staat negativ. Laut Professor Sinn bedeutet eine Inflation von 10% auch 10% zusätzliche Einnahmen für den Staat. Doch für viele Deutsche ist die aktuelle Zeit nicht derart rosig wie für den Staat. Und so machen sich inzwischen dermaßen viele Menschen Sorgen mit ihrem Einkommen überhaupt noch über die Runden zu kommen, dass sich laut einer Umfrage der Wirtschaftsauskunft Teilgriff, jeder dritte Gedanken darüber macht einen zusätzlichen Nebenjob zu suchen. Bei der Gruppe der unter 55-Jährigen ging sogar jeder zweite davon aus, dass mit steigender Inflation ein Nebenverdienst notwendig werden wird. Zudem sind immer mehr Menschen von Tafeln abhängig, diese helfen derzeit so vielen Leuten wie das hierzulande noch nie der Fall war. Laut aktuellen Meldungen verzeichneten die deutschen Tafeln je nach Region, seit Beginn letzten Jahres einen Anstieg der Kunden von etwa 40 bis 50%. Insgesamt sind mittlerweile zwei Millionen Menschen auf die Lebensmittelspenden der Tafeln angewiesen. Mehr und mehr Bürger haben hierzulande inzwischen große Existenzängste und sorgen sich davor, wie sie unter anderem Lebensmittel, Wohnen oder das Heizen noch bezahlen sollen. Und während der Staat als der große Gewinner der Inflation hervorgeht, wird auch die Mittelschicht durch den massiven Kaufkraftverlust und durch die Entwertung von Rücklagen, Sparguthaben und Geldvermögen mit rasanter Geschwindigkeit enteignet. Die von der Regierung bisher beschlossenen Maßnahmen sind dabei reine Umverteilungsmaßnahmen, die über kurz oder lang die Inflation eher noch weiter anheizen wird und damit auch für die Menschen keine echte Entlastung ist. Professor Hans Wernersen sagte im Detail hierzu folgendes. Zitat. Wir haben massive Umverteilungseffekte in dieser Inflation, die völlig unkontrolliert sind, die politisch auch nicht gewollt sind, sondern die einfach so stattfinden. Und die Verlierer werden natürlich jetzt sehr geärgert und auf die Palme getrieben. Wenn man das zu stark macht, dann kann sogar die gesamte Gesellschaft destabilisiert werden. Wir haben ja vor genau 100 Jahren, 1922-23, diese Hyperinflation gehabt. Das war natürlich eine Sache, die noch weit über das hinausgeht, was wir heute beobachten. Und die Folge war in der Hyperinflation, hat der untere Mittelstand sein Einkommen und sein Vermögen verloren. Das waren Leute, die ein bisschen was hatten, aber nicht genug um reale Werte zu haben, keine Häuser besessen haben und keine Aktien besessen haben. Zitat Ende. Zugleich befinden wir uns mitten in der umstrittenen Lohnpreisspirale. Und ist die Lohnpreisspirale einmal in Gang gesetzt, könnte sich die Inflation schnell verselbstständigen. Und das funktioniert so. Mit steigender Inflation verlangen die Arbeitnehmer und Gewerkschaften mehr Geld, doch wegen den dann steigenden Lohnkosten erhöhen die Unternehmen ihre Preise. Damit setzt sich ein regelrechter Teufelskreis in Gang, denn das treibt die Inflation weiter und weiter nach oben und der Kreislauf beginnt von vorn. Es werden dann nämlich wieder aufs neue Lohnerhöhungen gefordert. Und genau auf diesem Weg befinden wir uns derzeit. Denn aktuell verlangen bereits Ver.di, die Lehrergewerkschaft GEW, die IG Bau, der Beamtenbund DBB und die Gewerkschaft der Polizei eine deutliche Anhebung der Einkommen. Und diese Forderungen, die ja der aktuellen Inflation entsprechen, führen natürlich dazu, dass auch andere Mitarbeiter und Gewerkschaften eine Erhöhung ihrer Löhne verlangen werden. Eine Kettenreaktion setzt sich damit in Gang, und eine Besserung für die kommenden Monate ist aktuell kaum zu erwarten. Der ehemalige IFO-Präsident beschrieb die Entwicklungen wie folgt. Zitat Ich sage es mal so, wir haben Streichhölzer und Zunder, das Streichholz war die Pandemie und noch ein neues Streichholz war dann Putin mit seinen Gasabschaltungen später. Aber ursprünglich war es die Pandemie, und der Zunder war die gesamtwirtschaftliche Nachfragebelebung durch massive Staatsverschuldung. Und dieser Zunder brennt weiter und es gibt selbst Verstärkungseffekte, weil wenn ein Gegenstand brennt, dann wird der nächste auch heiß und brennt dann auch. Zitat Ende Darüber hinaus geht Professor Sinn nicht davon aus, dass sich die Energiekrise im kommenden Jahr entspannen wird. Vielmehr geht er von Wellenbewegungen bei den Energiepreisen aus, da auch im kommenden Jahr Energie laut seinen Prognosen knapp sein wird. Und was denkt ihr? Liegt Professor Sinn richtig mit seinen Einschätzungen? Schreibt uns eure Meinung dazu gern in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch unseren Kanal und aktiviert die Glocke, so dass ihr kein weiteres Video verpasst. Bis bald! Euer Team von Finance Experience 4 2 5 3 Untertitelung des ZDF, 2020